Ich will hier mitspülen. Hmm, sacramental bread. Okay, ein paar Sachen. Hab ich ein Inventar? Keine Ahnung. Fuck, was ist das? Ich bin einfach sprachlos bei dem Game. Was steht da? Was ist das? Wer hat diese Manikins hier aus dem Basement gebracht? Keller waren die, also. Demented Maniac. Auch natürlich mit Blut. Auch der Kaffee ist mit Blut. Da ist überall Blut. Da ist Blut aus den Augen. Da ist ein komisches Bild. Aber ich glaube, das ist der Typ, den wir spielen. Da sind überall so komische Zeichen angeritzt. Was ist das? Weil Wasser? Oh, mein Gott, was? Äh, wo ist das nächste Kreuz? Und du musst das heilige Wasser benutzen. Was? Ist das richtig? Gehört das so? Ich schalte mal nochmal um. Die Puppen sind weg. Alle. Der priesterliche Gesang hat mich befreit. Oh, mein Gott. Ich muss zensieren wahrscheinlich. Scheiß YouTube. Oder da waren Brüste auf einem gezeichneten Bild in einem Computerspiel. Das Video muss gesperrt werden. Ich glaube, ich scheiße auf die Zensur, weil ich nur eine Sekunde lang. Da ist noch was. Wo nichts drin ist, leider. Alles okay, heilige Musik. Warum ist da auch ein Weihnachtsbaum? War das vorher schon da? Kann der nichts davon spielen? Okay, wir gehen wieder weg von hier. Ich fühle mich niemals schade über meine Beziehung mit Alexandra. Sie hat immer eine pekuliere Passion über die Kirche und über mich. Besonders mir. Oh, Alexandra, also. Aber er ist doch Pater oder so. Darf er überhaupt eine Frau haben? Ist das in Gottes Wille? Überall diese ganzen Gottesgemälde. Nein, ich kann da runter. Ich muss sicher zum Bett gehen irgendwann. Das schaut schon so komisch aus, das Fenster. Da sind Bibeln und ein Kreuz. Ich benutze das auf David, um den Dämonen zu verhindern, der uns für lange Zeit tormentiert hat. Gut, er nimmt's mit. Das ist sicher noch nützlich. Das Kreuz dabei zu haben. Achso, da kann ich raus, bitte mal. Boah, das schaut ja cool aus. Ich mag da raus, jetzt schon. Oh nein, da ist die Puppe wieder. Ich mag dagegen schlagen. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Es läuft sicher daraus hinaus, dass ich... ...dass ich auf dieses Bett muss, da runter. Da ist noch was. Ich will das Blut und das Flasch von Christen. Ich kann jetzt raus. Da wollte ich doch hin, aber es schaut ja schon nicht einladend aus. Es schaut überhaupt nicht einladend aus. Blut und das Flasch von Christen. Aber das bedeutet rote Wein und sakramental Brot. Eins davon habe ich doch. Blut und das Flasch von Christen. Wie... Oh, speichern sollte ich mal. Akt 3. Okay, wir sind schon Akt 3 scheinbar. Äh... Was soll ich schauen? Options. Eingabe. Da... Kann man da irgendwo ein Inventar öffnen? Da können wir sprinten, interagieren, Interaktion abbrechen. Na, weil ich habe doch dieses... Dieses eine Ding, dieses... Dieses Brot habe ich doch. Ah, vielleicht brauche ich den Rotwein auch noch, damit er beides dem gleichzeitig hingibt. Das kann auch sein. Da sind plötzlich Tentakeviecher, überall. Warum sind da plötzlich Tentake? Ich werde, wenn ich da reingehe, ist jetzt auch wieder irgendwas anderes. David, kannst du... Kannst du mich immer entschuldigen? Das ist der David? Okay. Wo könnte der Rotwein sein? Ähm... Rotwein! Oder soll ich mal rausgehen? Ich geh mal raus. Komm, ich trau mich mal. Aber es schaut echt nicht einladend aus. Weil Plätze sind über den Tentakeln und... Und diese Tür ist aufgesprungen und... Ich will da eigentlich gar nicht hin. Und ich muss aber... Da ist ein Rotwein. Ja, passt. Er hat es mitgenommen. Ich kann raus schauen. Hallo? Tschüss! Warum kann ich da einfach raus springen und das nachher hat sich? Kann ich das zumachen wieder? Okay, aber wir haben mindestens mal Rotwein und dieses Blut. Hör auf! Äh, Blut sag ich so. Rotwein und... Und das Brot. Blut stimmt aber auch wohl auch. Und jetzt kann ich es hingehen. Ist das wirklich so eine Sache? Macht man das so? Ach, jetzt verschwinden die Tentakeln oder was? Und das Bett wird gestohlen. Aber hey, der Raum sinkt ab. Das heißt, ich kann... Das Wasser sinkt ab. Ich kann runtergehen. Cool. Okay. Aber diese Türen sind dann oben noch verschlossen, nehme ich mal an, oder? Probieren wir das noch ganz kurz aus. Achso, ich kann eh sprinten. Was? Du findest mich hier? Da ist das Telefon. In diesem Raum. Das war vor allem nicht da. Zu 100% nicht. Ach, da ist wirklich eine Tür. Oder? Ach, diese Tür, meine ich da. Okay. Ah, das ist aber noch zu. Okay. Überall läuft der Radio. Ich gehe mal runter und schaue, was passiert. Was ist das? Ein Brainfuck-Spiel vielleicht? Schwerkraft gibt es hier wohl keine. Ich kann sogar dagegen anstoßen. Wie cool ist das gemacht? Mein Wein! Wie cool ist das? Aber wo ist die Schwerkraft hin? Was ist da? Da kriege ich was machen. Wie cool ist das? A stranger approached me in an art gallery and comforted me. Who would have done that? I started crying. You wiped my tears away with a white handkerchief. I felt something I could not describe. I was in love the first time. You told me that you lived your life in vain until the day you discovered God. Wounded as I was, I fell prey to love. But I never thought you would put your love for God above me. I still love you. But it doesn't matter anymore. Das ist doch Jesus Christi! Komm, wir setzen uns drauf. Jesus kann die Schwerkraft wieder herstellen. Ein Geist. So Angst. Aber das ist doch der David, oder? Gleich muss ich folgen. Was steht da? God is dead. Gott ist tot. Realität ist nur... Ist nur... Also die Realität besteht nur aus der materiellen Welt. Und damals Lateinisches, was ich nicht lesen kann. Okay, folge ich dem Geist? Ja, ich folge dem Geist. David? David, bist du's? David! Als kann ich in das Zimmer ran. The entire village will see me off to the gallows. Grown-ups never understand anything by themselves. And it is tiresome for children to be always and forever explaining things to them. Listen, I want to give my mother a flower. But the flower is dead. Can you bring it to life? Oh, der Blume, da ist ein Geister-Reh oder so. Da komme ich nicht hin. Okay, wir gehen wieder irgendwo hin. Da komme ich auch nicht durch. Da sind jetzt plötzlich die umsichtbaren Wände. Aber wie cool das dem aussehen in diesen Welten. Wow. 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 Zusammen mit der Musik wird man das wirklich mal genießen. Ein bisschen. Da ist der Game of Thrones. Hä? Ich hänge? Puh. Wo ist deine Seele? Ich kann nicht wirklich alle Sprachen. Da oben ist ein Bild. Das sind doch die, die ich sammeln kann, glaube ich. Das hole ich mir noch mit. Oh Gott. Was? Ich habe mich jetzt erschrocken, weil sich der erschrocken hat. Wie bekomme ich denn da jetzt? Mach das doch weg. Oh Mann, jetzt müssen wir noch irgendwas anderes machen zuerst. Oh, da sind ja noch mehr Sprüche. Da steht ja mega viel. Kommt, das lesen wir jetzt auch noch kurz durch. Da waren wir noch, oder? So, dann da ist das nächste. Anastasis. Anastasis, in Greek. It means Resurrection. Ja, wir wissen, du kannst die Sprache. In thy light, we see the light. Of course, we are blind. Though seeing, we do not see. Though hearing, we do not hear. Das ist sehr weise. Obwohl wir sehen, sehen wir nicht. Obwohl wir hören, hören wir nicht. Das kann ich nicht dann klicken. Ich kann es nicht lesen, die Schrift ist nämlich so komisch. Oh ja, ist auch blind, 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 glaube ich, steht da. Es bedeutet, die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes. Amor. Die Schrift ist so komisch. Amor, ich kann das nicht lesen. Amor kann ich lesen, ganz oben. Und da ist ein Tic-Tac-Toe-Spiel. Warum auch immer. Also, ich komme jetzt nicht zum Bild hin. Ist alles jetzt schon weg jetzt? Da dampft es doch immer noch, oder? Ja. Na gut, dann schauen wir uns weiter um. Was geht da eigentlich ab? Da brennt es so komisch. Ist doch kein Zufall, dass das in so einer Spiralform ist.